Norddeutscher Rundfunk 2021 Rück an Pasta von Chandlering Und da kommt Bia Ferdic Edwards, Tor! Maury Edwards trifft gegen sein Ex-Team Verdeckter Schuss Da ist die Großchance und das muss es doch sein Aber was für ein Save von Dave Lesjo Den noch zu bekommen, das ist überragend Hand raus, Lesjo ahnt was kommt Macht sich lang, schwupp weckt der Puck 2 auf 1 Chance, Sengeli, Sengeli, Querpass Oh, was für ein Save von Ausdenbürgen Fantastisch gespielt, Sengeli rüber Dann nochmal der Querpass Und eigentlich ist das Tor leer, aber nur eigentlich Fantastisch pariert von Danny Ausdenbürgen Jetzt ist der Platz, wieder heißen Schmig Wolf passen frei David Wolf, Scheibe war frei Und dann schmeißt sich da Brady Lamb nochmal rein Aber das war ein richtiger Big Save Aber das war ein richtiger Big Save Koistinen, Kallaher Und die freie Schussschuss für Greilinger Tor! Und was für eins! Thomas Greilinger, was hat der Mann für einen Schuss? Kallaher serviert und Greilinger in den Winkel Hier der Penalty von Jason Best Und der ist wirklich erste Sahne Und es ist auch der entscheidende jetzt gewesen Klasse wie er da Würfel aussteigen lässt Und den Siegtreffer für die Ice Tigers erzielt Wieder start back! Passt ein Tor! Drei, zwei, schraubig! Das ist ja überragend! Das ist ja überragend! von außen nach innen und dann ausgetanzt ein super tor schön direkt tiffels tiffels wenn er den macht das ist überragend vorbereitet ein ausgetanzt zweiten ausgetanzt dritten ausgetanzt vierten ausgetanzt und dann das auge der pass zurück hey kissen sagt dankeschön ein überragendes tor